Willkommen zu meinem Video. Heute zeige ich euch mit welchen Onlineshops ihr mich unterstützt Der erste Shop ist www.galaxus.de. Dort bekomme ich 3,5% vom Umsatz und dort kann man alles mögliche kaufen. Der zweite Shop ist www.marchblue.de. Dort bekomme ich 20% und dort gibt es nachhaltige Pflegeprodukte zum Kaufen. Der dritte Onlineshop ist 100% pro Bio. Dort bekomme ich 10% und dort gibt es Kosmetik und Kokosöl. Der vierte ist Code Zero. Dort bekomme ich 16% und dort gibt es Outdoor Kleider zu kaufen. Der fünfte ist Athletic. Dort bekomme ich 10% vom Umsatz und dort gibt es vegane Fairtrade Schuhe. Der sechste Shop ist www.energycake.com. Dort bekomme ich 15% vom Umsatz und dort gibt es Proteinriegel. Der siebte ist www.samebutcreen.ch. Dort bekomme ich 15% vom Umsatz. Dort gibt es plastikfreie Aufbewahrungsbehälter für Lebensmittel. Der nächste Shop ist saltbuttles.de. Dort bekomme ich 10% und dort kann man Glasflaschen kaufen. Der nächste Shop ist www.proteinliebe.de. Dort bekomme ich 30% vom Umsatz. Dort gibt es veganes Proteinpulver. Der nächste Shop ist baumfrei.de. Dort bekomme ich 15% vom Umsatz. Dort kann man Baumhustier und Bürsten kaufen. Und das ist noch Edsel.de. Das ist die Plattform bei der ich diese Partnerschaften abgeschlossen habe zu den Shops. Dort bekomme ich, wenn ihr euch dort anmeldet, um auch Partnerschaften abzuschliessen für Shops. 50€ pro Lead. Das heisst, wenn sich jemand von euch dort registriert. Der nächste ist id.ch. Dort bekomme ich 2,5% vom Umsatz. Und das ist ein Essenslieferservice. Der nächste ist Lieferando. Auch ein Essenslieferservice. Dort bekomme ich 4% vom Umsatz. Der nächste ist ein Essensliefersreservice. Wir sehen uns im nächsten Mal. Honors nach mãosinformatives. Bis zum nächsten Mal.